Musik Mein Name ist Felix von Zobel, ich bin 27 Jahre alt, wohnhaft in Darstadt, einem beschaulichen Ortsteil von Ochsenfurt und ich bin gemeinsamer Landratskandidat für die Freien Wähler und die UWG im Landkreis Würzburg. Also ich war als Jugendlicher in verschiedenen Vereinen Mitglied, während meiner Schulzeit war ich Klassen- und Schülersprecher und so in der SMV sehr engagiert. Zuletzt war ich Jugendreferent bei der UWG-FW, habe also die Jugend dort im Vorstand vertreten, habe das Amt aber dann abgegeben, weil ich erster Vorsitzender geworden bin. Das Wichtigste für mich wäre, den öffentlichen Nahverkehr im ganzen Landkreis auszubauen, da wir in einem sehr großen Landkreis leben und gerade die Jugendlichen auf Bus oder Bahn angewiesen sind, um von Ort und Stelle zu kommen. Mit dem Kreis Jugendring Würzburg verbinde ich viele engagierte Personen, aber auch Jugendverbände und Vereine, die Mitglied im Kreis Jugendring sind. Da ich selbst noch relativ jung bin, möchte ich mit dem Kreis Jugendring auf Augenhöhe zusammenarbeiten, um so bestmöglich die jugendpolitischen Standpunkte und Positionen umzusetzen. Ich denke, jeder sollte wählen gehen, da jede Stimme zählt und man so aktiv die Politik beeinflussen kann. Wer nicht wählen geht, überlässt anderen die Entscheidung über die Entwicklung in unserem Landkreis und sie können so bestimmen, wer Landrat wird und wer sie im Kreistag vertreten darf. Untertitelung aufgrund des Wichtigst decime Bis zum nächsten Mal.